Herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge von... Daisy Standalone Zu Zeit Hä? Oh ich spawne und was habe ich hier? Ein Tarnnetz Nehmen wir gleich wieder mit Hör mal auf Ja super, jetzt kommen alle Achso, Tür ist dazu War hier drin einer? Ja Ist das schon wieder hier spawnt? Stell dir mal vor Stell dir mal vor, du hättest dich da ausgelockt Du wärst tot Ich hatte erst überlegt, wo ich mich auslogge Weil ich jetzt zum Ende nochmal diesen Schuss gehört hatte Bin ich dann da ganz kurz hingegangen Warte, Munition 28 Die andere Waffe Also ich bin auch da Gut, also ich nehme die andere wieder Three Two Geht er nach rechts ne? Ja, one, go Hast du überhaupt geschossen? Zweimal ja, auf jeden einen Oh, 45er Hier, 762 Warte, kommt raus Geh weg Hey, ich komm mit raus Noch Fragen? So Okay Ich glaube hier ging's aber Was wollten wir denn? Öl Genau, wir wollten Öl suchen Oh, ich hab schon wieder nachgeladen Geil Hier liegt wieder ne knagelneue Feldweste Meinen ist aber noch makellos Oh, ich hab jetzt ne richtig geile gefunden, ne? Ach, die liegt hier immer noch, ja? Äh Für real, für Erso Ja Ja Ja, muss ich den einmal schicken Ah, erstmal schön genießt hier wir zwei Mann Ah, sofort zwar Einfach so, in den Stuhl Äh Da ist wieder deine MP5 Äh, UMP Muni Also Waffe Uh, MP Alter Kennst du das, wenn du niest Und deine Arme tun weh? Ja Äh Ja, wof, wie geht das? Das ist voll ekel Alter, die ziehen richtig, Junge Ja Alter Warum? Keine Ahnung Ihr habt doch nur Gepeechhut WTF So, schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr das auch kennt WTF Schreibt, wenn ihr auch behindert seid Boah Das ist ja, ich bin ganz normal Ich bin ganz normal Hütschi, meine Arme Ah Ach Schütt das Knie WTF Okay, der Munitionskasten liegt hier immer noch Ja Ich glaub, wir müssten dafür den Server anlassen oder wirklich weit weg gehen Ja Pilotenhelm Achso, siehste, ich brauch hier noch das Visier Passt ja, dass wir hier wieder rumeiern Ja Alter Alter, wie soll ich das Video nennen? Die vorherigen hab ich alle genannt Militärbase 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 Run Wir gucken uns in einer Militärbase um Hier Da 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 Das brauchst du 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 hast 156 Ich brauch 7 6 2er 9 30er Achja Nimm den Griffel davon weg Nein Siehste, müssen wir die ganzen Türme abgucken Dann find ich vielleicht nochmal so ein Visier Oh, hier ist auch einer Ah Oh, sei Glück Ich hab schon einen Stuhl gekriegt Boah, wie sie beide gleichzeitig umgekippt sind So Hier spawned also auch einer drinnen Verschwinde hier Ditt 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 Alles gut Alles gut Alles gut Alles gut Alles da Ich wusste es, weil Ich sag's jetzt lieber nicht Schleichwerbung Das ist keine Schleichwerbung Das ist Oh, hier ist ja schon wieder einer Was? Warum spawnen die jetzt alle in den Häusern? Sag mal Die ist wieder dein geiler Sturmrucksack, den du so geil findest Ja, weiß nicht, der hat was Ein Sturm Nein, äh, den find ich nicht geil Er heißt einfach nur auch nochmal Sturmrucksack Halt Sturm Ja, gut, vielleicht Ja, passend halt so Der Dings Der des Kampanswuchs, ne? Glaubst du da nicht auch eine Sturmklamotte? Ne, es war Kampanswuchs Keine Ahnung Ne, doch, der Sturm Ne, Sturmstiefel gab's Sturmstiefel, die haben wir ja Ja, genau, genau Sturmstiefel, Sturmhelm, Sturmhandschuhe, glaube ich Ne, taktische Handschuhe, ne? Taktische Handschuhe Sturmhelm Sturm, ne, Feldweste Ach, die Sturmweste wollte ich ja gerne noch haben Kobra Tisier Ähm Äh, du brauchst die 7, 6, 2, ja, 9, 3, 3, 9, ne? Ja Hab ich Du bist schön Ein Dünnchen Ein Dünnchen Zieh dich aus Dünnereien, die ich von den Kühen rausnehme Ja Ich komme Ich komme mal Habe Habe Äh Äh So Die Jägerjacke ist das Ach, Jäger Ne, gut, da wirst du keine Jägerhose finden, denke ich mal Ich gehe auch nicht Äh 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 Endlich Hast du's? War das das Visier? Ich mach jetzt mein, ich mach jetzt mein, ich mach jetzt mein, warte Ich mach jetzt einfach, ich, ich brech mir mein Knochen Aaaaaaah Äh Na Verdammt, ey Wollt dicht machen, war's hilflich Wie kann man denn das werfen? Den Leuchttab Keine Ahnung, ich weiss es auch nicht Wie könnte man denn mit Granat, wo ist Zuggranaten? Na geh, ja Äh Vorsicht Hey Ich hab den Knopf nicht gefunden mit F Keine Frage Kalle Ich, ich, ich platziere jetzt den Mülleimer, nur für dich, ne? Mülleimer? Ja Wow Und WTF Kannst doch was reinfüllen Das ist einfach nur Barrikade Okay Es wär cool, wenn man sich da so reinstellen könnte, so als Schutz, wenn man so Ja Da ist er 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 normal Peng, 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 peng Das ist mal wieder zurück zur Straße Damit wir Ähm Hast du schon die Karte mal wieder geguckt, ob die so vernünftig ist? Ne Ja, aber ne Die ist immer noch so schmal Äh Ich weiß nicht, was mit dem falsch ist Äh 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 Mann, auch so, ist so gering Gab's ein Update? Ne, ach jetzt spawnen sie wieder Was hast du geträumt? Was hast du geträumt? Dass ich mein Inventar übelst aufgeräumt habe, übelst weggeschmissen haben Und dass ich jetzt wieder übelst viel Platz unten drin habe Scheiße, da hab ich das nicht geträumt Äh Ich hab hier mal ein paar Folgen noch Das ganze Essen alles unten rausgeschmissen haben und alles, dass ich übelst viel Platz wieder unten hatte Scheiße Wow Oh Gott Das war jetzt grad so schön, bevor ich runterscrollt hab Ah, hier Ich war noch nie auf so einem Jägerstand drauf Deine Parasitenjacke liegt ja noch Paprikasamen Nicht Parasiten Das ist doch glaub ich so eine Jacke, die ich getauscht hatte mit dir Ja Die find ich so geil, die will ich eigentlich in echt haben Ja, ich hab das Glück, dank dir hab ich ein komplettes Eine komplette UMC Jacke Anzug Klamorte Und du hallo UMC UMSC UM Batman Symbol Ah, du willst da Batman so gut für dein Auto haben, ne? Wenn du draufdrückst, dann kommt die Musik Nanananananananananananananananananananananan Batman Liegt hier was auf der Straße? Ach, das ist Rasen Ja, da liegt Rasen, ja Frischer Aufschwolltermehrrasen Jetzt guck mal nach hinten Achso, weil ich drüber gelaufen bin Achso, weil er sich umgeknickt hat Ich dachte Ist nur ein Lauf mal hier durch das höhere Ich seh's bei dir auch nicht Wow Das geht jetzt gar nicht mehr so einfach Weg so nach vorne wenn man durchläuft Aber wenn man draufsteht geht's in alle Richtungen runter Und dann ist es einfach weggeploppt Das war ja vorher sogar besser Ey das ist immer noch so Vorher ist es richtig In die Richtung weggeknickt wo du hingelaufen bist Ja Ich bin nicht so ein Grasliebhaber Ich rauch mal Dann können wir es ja ausmachen Wie war Russ damals Wenn Gras ausgeht sofort gerne Ich weiß nicht ich bin dann Gut es wackelt ganz schick Ja es wackelt aber Beim Laufen merkst du es nicht Nur wenn du stehen bleibst Ja Hey meine Temperatur geht hoch Jetzt geht's wieder runter Jetzt geht's wieder hoch Jetzt geht's wieder runter Du bist so ein Mischling Du kriegst alles auf einmal Mir ist so kalt Mir ist so kalt Warte Warte Gleich geht's hier hoffe ich wieder hoch Äh jetzt sind wir nicht falsch rum gegangen oder Ich wollte jetzt nicht zurück zum Auto Geht's in die Kirche Okay Oh Gott wenn du jetzt schießt Er ist vorbei Nein Das ist ja für eine geile Kirche Ich schieße nicht Ey hier waren wir noch nicht oder Okay ist ja geil Haben wir hier eigentlich eine Temperaturanzeige irgendwo Wie warm es im Spiel ist Im Spiel Lol Knicklicht Ey da blüht sich mal ganz viele Knicklichter und das alles auf einen Haufen Jede Wetter ist übelst überblendet dann Blutest du oder so Nur mal so nebenbei Sollten wir uns am besten immer fragen Weil ich hab nicht einmal drauf geguckt Eben gerade erst Wo ich gehauen wurde Und da hab ich mir so gedacht Ich frag mal lieber nach Knickling Knick dich doch selber Warum wurde das hingepackt Hä Er hat genommen Dann hat das weggepackt Und dann war es weg Gepackt Irgend so halt Jetzt geil ist Ich hätte nur Was ist das? Dietrich Keine Ahnung wo es hingepackt hat Ich hab dafür eigentlich gar keinen Platz gehabt Aber warte mal Munitionskasten Ja er hat es im Munitionskasten Cool die Mosin hat ja sogar Einen Dingsaufsatz Einen Visieraufsatz Ein Magazin Und du glaubst es mir sogar Nein Wenn ich eine Hast du ein Magazin für die Mosi schon gefunden? Äh ne Braucht man keins Ich hatte damals Nur die falsche Munition genommen Ich hatte damals Die 762 An 39mm versuch Das ging nicht Man muss die 762 54mm reinpacken Das wusste ich vorher gar nicht Dass es davon Zwei verschiedene Versionen gibt Warum steht das da nicht einfach? Ja Darum Aber die muss alle einzeln reinpacken Oh Gott Wie war das Hast du einen Sput? Hast du einen 5 Schuss? Hier ist nochmal ACP Hast du davon gerade Muni dabei zufällig? Von der 54er 762er? Du hast doch davon mal was aufgehoben Ich hab die nämlich noch gar nicht ausprobiert Wirklich In dem Zelt hab ich sogar noch Äh Ja Mehr hab ich nicht Hab ich nicht Aber ich hab ganz schön Viel Schrot Munition Sehe ich gerade Wo ich jetzt hier gerade mal dabei bin Aufzuräumen Ich hab ja Munition davon Drei Zule Drei Zule Pakete Aber die wollte ich eigentlich noch nicht öffnen Das sind 12er Ja Ich hab noch ACP Munition Sehe ich gerade für dich Ich hab für dich auch Munition Wann hast du ja noch nicht gemacht? Ich hab das so Brauchst du 308er? Ne Ey Davon hatte ich glaube ich mal 2,300 Einfach so weggeschmissen Hatte einfach keiner Für die Pistole kenn ich das ja Such dir was aus Ja Jetzt aber einfach doch Bäh, bäh, bäh Ja Das wär so wies Das wär so wies Such dir davon einfach was aus Der Rest lässt liegen Oder nimmst du trotzdem mit Ja Ich zieh jetzt komischerweise nur noch eins Schon weil du drüber stehst Die brauche ich auf jeden Fall Kann ich gleich aufstocken Dann muss ich gleich erstmal nochmal nachladen Kann ich die verpackte nicht einfach rausnehmen Oder sind das mehr? Das sind auch immer so viele Das müsste immer ein Also von was denn jetzt zum Beispiel? Von meiner 5,40er Eine Kiste mit 5,56er 5,40er Millimeter Na gut Das ist immer so viel So viel wie du die stapeln kannst Hä? Warum ist das denn verpackt? Das ist doch Blödsinn Keine Ahnung Vielleicht Halten die länger Ich weiss auch Achso hier ist nochmal ACP 13 Schuss Warum? Wow Jetzt bin ich gelaufen Wieso packt der die nicht gleich dahin Wo es hingehört Es bleibt alles da Wo es hier ist Ich habe ganz schön viel Schrotmunition Ich habe auch keine Schrotflitte 39 Millimeter Ja Nehme ich mit Auf jeden Fall Keine Ahnung Ob es die noch verpackt gibt Ah In meiner Feldflasche ist immer noch Benzin Gut dass das da steht Ich denke mal Die verpackten Findest du einfach nur so Damit du überhaupt mal Ein komplettes findest Ja Das kann sein Ich guck schon nach hinten Oh selbst der ganz hinten Hat das gehört Bleib ruhig hier Springen sie schon über die Zäune Warte Achso hier Von rechts Kommt noch einer Genau Headshot Hä Headshot Ja Gleich wieder nachladen Ich unterkühle Wieso Ja Ich muss mal das Wärme Kissen verraten Ich auch Gibt es hier Winter Ne Winter gab es doch hier nicht mal Können wir aber nicht kratzen oder Ich weiß es nicht Ich wusste nicht mal Dass es hier Es war Wir hatten Es schneit What the fuck Oh jetzt bei dir In real Nein hier im Spiel Bei mir nicht Warte ich komm gleich mal zu dir Natürlich Bei mir ist es ja auch noch Bei mir ist es stinknormal Das jetzt WTF Dann warte vielleicht noch mal Ein paar Sekündchen Es schneit Es wird mir wieder warm Eben Mir auch Habe ich das Ah ne Wir haben es jetzt Weggeschmissen Komm wir laufen die Kälte weg Und diesmal wortwörtlich Ich glaube das geht sogar wirklich War es hier schon drin Ah Ne Oh Geh doch einfach Da will ich noch hin Ja Komm mal her Komm mal her Ich sortiere es nochmal aus Schmeiß was weg Du kannst gucken Ob du davon was brauchst Aber So Was habe ich denn Beispiel Gleichschlussweise Doppelt Wow Warum Habe ich jetzt Auf einmal wieder So viel weniger Ausdauer Ist das jetzt Durch die Kälte Das kann sein Ich hatte fast die Hälfte Ah du hast ja Lautsprechersystem Hä Hast du dabei Lautsprechersystem Ja da steht hier bei mir Dass du das hast Okay Ah Quatsch Ich komme da hinten hin Das hier Achso Wow Wie weit das einfach mal geht Ja gut Willst du auch ein paar Müsli Zu spät Scheiße Meine Dosen öffnen Kann man das ernsthaft mitnehmen Nein Nee Nee Ja guck hier nach Ob du davon was brauchst Ach Dosen öffnen Ja das meine Der ist da gerade auszusehen Pack die wieder hin Nee ich will auch meine Dosen öffnen Nein Nein Ich will jetzt auch alle öffnen Ja Dann ist der nachher im Arsch Ach Quatsch Da kriegst du zwei Stück Du kriegst du zwei Stück von meinem Zelt nachher Warum hast du keinen Weil die im Zelt sind Die Ich hab dir aus Versehen Dings reingepart Den Trockensack Du hast den Trockensack Verstehst du nicht Verstehst du nicht Na und Eigentlich gelogen Er sagt okay Das ist nicht normal Nächstes Hab ich ja noch eins Vielleicht das hier wegschmeißen Kannst ruhig hier Hast du das schon genommen Was Nein Wo ist er Achso liegt hier Äh Na musst du abdrücken Achso hier direkt vor mir Wow Er ist abgenutzt Deswegen kriegst du ihn auch wieder Du kriegst doch nur abgenutzt Und benutzte Sachen Guck mir zu wie ich trinke Oh danke Du führst gerade mein Zug Äh Hast du auch links das Zeichen für Durch Nest Links? Wasserzeichen mit dem Tropfen Nein das nur wenn du Gehockt bist Das ist ein Fehler Äh Ich hab Zu viel Essen dabei Auf jeden Fall Trinken hab ich auch zu viel Scheißegal Ich schmeiß jetzt ganz viel Essen weg Das hier Das eigentlich ungern In diesem Dosenpack Ja ey Ich weiß auch nicht Ich würde auch lieber Die scheiß dicken Dosen Glaube ich schon fast wegschmeißen Und am besten noch Die Tunfischdosen von dir Daraus klauen Ich hab schon wieder So viele Tunfischdosen Hier Da 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 Kartoffel Trinken Noch ein Nähset Noch ein Nähset Das muss ich gucken Da Eigentlich ungern Weil das sieht cool aus Die schwarzen Dosen Da 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 Alter Schwede Jetzt hab ich wieder Platz Alter Schwede Da Da Alter Schwede Komm da du jetzt Heute so geberisch Alter du stapelst Das alles Alles zu einem Türmchen Das klingt schon Bis zu deinem Arsch Oh 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 Meine ich Der Filz ist ganz oben Ganz komisch Ich hab Platz Ohne Ende Platz Immer Im Ton Nicht mehr So wie es aussieht Scheiße Scheiße Alter Mensch Dann gib mir mal deinen Helm Tatsache Mein Ausdruck ist wieder hochgegangen Ich hab 12 Wasserflaschen Mal drücken Dass er sie aufmacht Ja Weiß nicht Hab ich ja extra gemacht Ach die Kartoffel fresse ich jetzt auch nochmal So viele Pilze Hattest du dabei Ja Ich hab die mal gefunden Wäre geil Wenn man die anpflanzen könnte Dass sie sich vermehren würden Ja Ja Dann schmeiß ich die zwei Nächstes Set kannst du dir aussuchen Ob du mitnimmst Ich hab Ich hab eins Und Leder Nächstes Hab ich auch noch dabei Okay Das hab ich im trockenen Sack Oh Die kann ich mir Auf jeden Fall Fress dich einfach komplett voll Bis du gotzen musst Ich geh mir die Auf jeden Fall die Dosenförsiche mit Äh Hab ich Dosenförsiche Hier hingepackt Einen ja Scheiße Kacke Gut Das ist doof Gleich mal aufmacht Obwohl Ne Ich hab ja schon zwei Offen Schön Gut Die beiden kann ich jetzt auch hier Übereinander packen Jetzt hab ich ja wieder Place to be Die Waffe pack ich in die Hose Oh Oh Da ist schon eine offene Dose Den kann ich mir die machen Die war hochkant Ganz ehrlich Ich hab jetzt so viel gefressen Dass ich jetzt so viel Platz hier hab Aber Ne Komm ganz Wow Komm wir beißen mal ab Wow Ist das Wart mal Wart mal Wart mal Wart mal Wart mal Passt das Ne Huch Oh Bin ich im Herzen Ne Ah ne das ist da drunter Ne Ja Genau Ja Gott ey So Vielen Dank für's Zuschauen Abonniere Gib doch noch Und Habt ihr den Konto Habt ihr das Video gefeinert Tschüss Äh dein Zahnschluss liegt hier noch Ne Zweimal Ja Auf